So Leute, da wäre ich wieder zurück zu einer weiteren Folge Minicraft Attack, heute zum ersten Mal alleine tatsächlich, ja. Hatten wir echt in dieser Staffel noch nicht, also ich habe jetzt jede Folge eine Together-Folge gemacht und heute dann zum ersten Mal hier mal ganz alleine auf mich gestellt sozusagen. Aber gut, ich habe ja auch schon gestreamt und da war es ja eigentlich genau so. Und naja, seit der letzten Folge jetzt habe ich nicht gestreamt, deswegen hier auch kein Fortschritt an der Stelle. Aber, ja, mal gucken, ich werde auf jeden Fall wieder streamen. Aber es kann sein, dass jetzt erstmal die nächsten zwei, drei Folgen, ja, nicht so viel Fortschritt passiert, weil ich die jetzt relativ nah aneinander aufnehme. Nicht an einem Tag alle, aber so an zwei, drei Tagen, wo ich dann eben jetzt auch mal nicht streame. Ich mache nämlich jetzt zwei Tage definitiv Stream-Pause und, ja, vorher mache ich jetzt heute nochmal Hexit nachher, nach der Aufnahme hier. Und, naja, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich ein oder zwei Folgen aufnehme, da bin ich mir zum Beispiel noch nicht sicher. Werde ich gleich sehen. Ähm, ja, erstmal gucken, wie es hier läuft und, ja, dann sehen wir weiter. So, ähm, hier draußen würde ich gerne das mit Sandstein lassen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier den kleinen Gang mit Sandstein mache lieber oder mit, ähm, ja, normalen Blöcken. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Wenn, dann müsste ich ja auch unten, ne, mit, äh, äh, wisst schon, Sandstein machen. Ähm, warte mal, da könnte ich doch hier unten den nehmen und oben bräuchte ich dann aber den anderen. Und an der Seite hätte ich am liebsten hier, oder ne, warte mal, an der Seite hätte ich gerne auch den, den normalen. Weil das Ding ist, sonst hebt sich das zu sehr von dem hier vorne ab. Und das soll's ja nicht unbedingt. Gut, ich könnte vorne auch, äh, so zum Eingang eigentlich so vier Dinger hinmachen, ne, also sowas hier. Warum nicht, ne? Ginge auch. Ja, aber, hm, bin ich mir noch nicht so sicher. Obwohl, das würde sich dann eigentlich schön abheben. Ja, komm, das machen wir so. Aber dann brauche ich erstmal mehr Sandstein. Habe ich noch welchen? Ja, hier habe ich noch welchen. Okay. Immerhin mal etwas. So. Ja, machen wir mal so viel hier. Wird schon reichen. Und ich wollte sowieso mal schlafen gehen noch. Ähm, ja, ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Und in Netter wollte ich, glaube ich, auch. Das kann man ja in der nächsten Folge machen. Da kann ich die heute noch mit aufnehmen. Wird jetzt vielleicht ganz interessant. Mal sehen. Und, ja, ähm, was haltet ihr eigentlich von solchen gecutten Folgen wie letztens die mit Streetmaster 2000? Die hatte ich ja, äh, geschnitten. So ein bisschen. Fand ich irgendwie, äh, ja, ganz gut. An der, an dem Tag da. Und da habe ich es dann eben mal gemacht, ne? Okay, ähm, so. Ja, und ich mache vielleicht auch öfter mal so geschnittene Folgen, wenn ich Zeit habe. Ähm, müssen wir mal schauen. Also, es kommt halt immer echt auf diese Zeit an, so. Manchmal geht es halt nicht. Oder meistens geht es eigentlich nicht. Beziehungsweise oft habe ich auch keine Lust. Aber manchmal bietet es sich einfach irgendwie an. Und da kann man auch mal so ein bisschen schneiden. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich brauche da auch immer relativ lange. Weil ich gucke das ganze Video dann durch. Und, keine Ahnung, wenn das 20 Minuten sind, sitze ich dann nur 20 Minuten da und gucke dann halt durch, was ich rausschneiden kann. Und das Rausschneiden dauert ja auch nochmal. Also da sitzt man dann schon mal eine halbe Stunde dran. Und das ist schon ziemlich viel. Und das will ich halt nicht, äh, irgendwie allzu oft machen, ne? Das kann man aber mal als Special auf jeden Fall bringen. Hätte ich eigentlich zu so einer geraten Zahl bringen müssen. So Folge 10 oder so. Aber, ähm, ja. Ich wollte jetzt nicht irgendwie noch 5 Folgen vorher aufnehmen. Das wäre ja auch ein bisschen sinnlos gewesen. Und deswegen habe ich es so gemacht, ne? Okay, sonst hätte ich wahrscheinlich dann einfach 2 Folgen aufgenommen, wenn ich keine Zeit gehabt hätte. Wäre auch kein Problem gewesen. Naja, egal. Ähm, oh, hier haben wir ja das Essen fertig. Das sollte ich auf jeden Fall ernten. Denn das ist wichtig. Und, ähm, ja. Erstmal kurz essen. Damit ich ungesteuert die Pflanzen setzen kann auf den Boden. Und das nicht hier die ganze Zeit Probleme macht. So. Zack. Okay, 7 haben wir übrig. Ich brauche halt so viel Karotten theoretisch. Weil, ähm, ja. Ich brauche unbedingt was zu essen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich was anderes hätte. Mittlerweile. Ich gucke nochmal oben kurz. Die Kartoffeln pflanzen ich erstmal alle an hier. Komplett. Ich denke mal, die brate ich dann später. Und dann kann ich auch die Karotten weiter anbauen oder so. Keine Ahnung. Aber jetzt brauche ich erstmal die Karotten. Naja, wir werden sehen. Aber sonst habe ich echt nur verrottet... Äh, verrottetes Fleisch. Genau. Naja, und... Alles andere ist ein bisschen wenig. So. Ich könnte nochmal Sand formen eigentlich. Das brauchen wir eigentlich weiterhin. So. Und ich weiß gar nicht, wo ich die Öfen hinstellen soll. Ich würde mir ja gerne wieder meine beliebte Ofenwand machen. Aber ich weiß noch nicht wo. Soll ich hier die Ofenwand machen? Das wäre doch lustig, ja? So. Ich habe schon eine Idee. Ich mache das diesmal so ein bisschen anders. Mit der Ofenwand. Ja. Aber muss ich die Kisten umstellen? Ach, scheiße. Ne, das kann ich jetzt nicht. Ich kann ja trotzdem schon mal die Öfen hinsetzen. Dann kann ich da eben nicht ran, ne? Ist ja egal. Hauptsache ich habe meine Ofenwand komplett. So. Ich glaube, ich habe nämlich zur Zeit auch schon genug Kobbelstor. Und dann kann ich die kurz craften. Das ist ganz gut. So, achso. Mehr habe ich ja noch gar nicht. Schon mal ganz vergessen. So, ich habe definitiv genug Kobbelstoren. Weil ich die ganze Zeit unten abgebaut habe. So. Ach, shit. Immer verbaut muss ich. Ah, das muss doch sein, ne? Das gehört ja dazu. So, vier Stück. Ah, einer fehlt noch. War ja klar. Okay. Ja, passt. Ja, passt, ne? Das muss auf jeden Fall sein. Immer wieder. Okay. So. Da kann ich dann auch genug Sand farmen oder einschmelzen. Ist eigentlich ganz gut. Und, ja. Da gehe ich jetzt mal darüber. Und hole mal ein bisschen was. Bums. Natürlich direkt davor gefallen. Ach, shit. Ich habe natürlich jetzt kein Eisen mit. Ja, dann kann ich eben nur die eine Schaufel hier verwenden. Oder zur Not mache ich mir eine Steinschaufel dann. Ah, das will ich auch nicht unbedingt. Ach, guck mal. Hier hätte man auch super bauen können, ne? Ich weiß nicht. Also irgendwie. Bietet es sich hier auch ein bisschen an, so. Ein Haus zu bauen vielleicht. Hier ist man auch nicht ganz so weit oben. Da hat man noch Sicht auf unten. Und man muss nicht irgendwie auf, äh, 32 Chunks stellen, um alles zu sehen. Ah. So. Könnte ich ja eigentlich mal machen, ne? Die Chunks hochstellen. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich hier kann. Ah, doch. Ich kann auf 32. Ich mache mal auf 16. Ich hoffe, es leckt dann nicht. Oder es ruckelt dann. Oh. Ah. Street hat weitergebaut. Aber ich will mich jetzt nicht spoilern. Ich habe seine Folge noch nicht gesehen. Okay. So. Ach, du Scheiße. Hier ist ja echt, äh, die Hölle los. Hm. Na ja, ich denke mal, ich werfe den ganzen Sand dann in den Ofen. Und nächste Folge kann ich dann in den Netto gehen. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie lange ich die Folge mache. Ähm. Ich habe die ja sonst jetzt immer ein bisschen länger gemacht. Hatte ich ja schon mal in der Folge mit Martin Storms, äh, so ein bisschen angekratzt. Das Thema. Ja, also ich weiß nicht. Äh, soll ich das so beibehalten? Das so ein bisschen länger machen? Oder soll ich so bei 10 Minuten wieder mich einpendeln? Wie es vorher war. Aber gut, ich habe ja vorher auch immer mal Überlänge gemacht. Aber gut, viel länger als so 11 Minuten habe ich eigentlich nie gemacht. Dann mache ich ja auch zum Beispiel ein Hexit oder City Survival nicht. Und, ähm, naja, ich weiß halt nicht, wie ich es jetzt in Mini-Craft-Attack machen soll. Aber gut, ich habe ja jetzt auch noch Ferien. Da kann ich ja die Folgen etwas länger machen. Wäre natürlich dann kein großes Problem. Kann ich heute eigentlich auch. Ja. Ich hebe mir die 10 Minuten Folgen für dann auf, wenn ich, äh, wirklich keine Zeit mehr habe. Das ist, denke ich, besser. Und jetzt kann ich dann erstmal ein bisschen länger machen. So 12, 13 Minuten. 15 will ich jetzt nicht unbedingt gleich, weil das ist dann mir wieder ein bisschen zu lang. Das dauert dann auch wegen Upload ein bisschen zu lang. Das ist ja auch immer noch so ein Thema, ne? Da wurde mir auch vorgeschlagen, ob ich die Videos nicht in, äh, 480p rendern soll. Aber ich weiß nicht, das finde ich irgendwie... Ach, ich habe ja noch eine Schaufel. Okay, gut. Ähm, ich finde 480p irgendwie zu wenig, finde ich. Also, keine Ahnung. Da würde ich mich nicht mit wohlfühlen. Da würde ich vielleicht, keine Ahnung, statt... Also, nehmen wir jetzt mal ein 10-Minuten-Video. Da lade ich vielleicht so, keine Ahnung, eine Stunde und 10 Minuten hoch. Ne? Und bei 480p würde ich dann wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht so 40-45 Minuten hochladen. Also, so viel... Na gut, wenn man dann irgendwie 3 Videos am Stück gleich hochlädt, dann merkt man schon. Aber, ähm, wenn man jetzt eine 1 macht, oder zum Beispiel 1 hochlädt, dann... Ja, ist es jetzt... Fällt es jetzt auch nicht so sehr ins Gewicht. Na gut, aber meistens lade ich ja sowieso mal 2 hoch gleich für einen Tag, ne? Auch wenn ich da immer ein paar Tage früher hochlade, aber ich lade dann immer gleich die für 15 und 17 Uhr immer jeweils hoch, ne? Und... Oh, scheiße! Pff! Ich wusste, dass das passiert, ey. Das war so klar. Ach shit, ich hätte mich mit der Elytra fangen können. Aber ist egal. Wahrscheinlich komme ich so schneller wieder dahin. So. Okay. Nicht mal Schaden gekriegt. Sehr gut. Dafür einmal runtergeplumpst. Okay. Ich dachte eigentlich, dass man hier das besser abbauen kann. Hm. Weil es sieht dann doch irgendwie hässlich aus, wenn ich das jetzt hier als abbaue. Also finde ich zumindest. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen. So, ich mache jetzt hier nochmal so eine Rand, oder so eine Kante. Und ja, dann würde ich auch sagen, gehen wir schon wieder zurück. Ein bisschen Erde kann ich mir ja noch holen. Damit das ja auch gut aussieht, ne? Okay, ähm. Ja, mache ich hier einfach mal so einen Screenshot. So schön abgefarmt alles. Ja, mache ich vielleicht später nochmal schöner. Oder farm dann nochmal weiter. Und versuche das irgendwie besser zu machen. Keine Ahnung. Jetzt aber brauche ich den Sand erst mal haupt, äh, vorrangig. Und ja. Schmelze den gleich mal ein, ne? Wie gesagt. Die Pläne stehen ja fest. So, und hier brauchen wir auch eine Leiter oder so. Aber ich habe gar keine Leiter. Wäre eigentlich mal eine gute Maßnahme. Ah, naja, egal. Dann muss ich mich eben hochstecken. Der gute Erdfahrstuhl. Der ist doch immer wieder der Beste. So, ach, lol. Hier wird was angebaut. Wusste ich gar nicht. So. Dann mal rüber. Da haben wir auch schon ein Fenster. Okay, ne, das ist von, äh, Martin Storms. Das kennen wir ja schon. Hm, und da ist noch eine Treppe. Ich wusste gar nicht, dass die da ist. Oder ist die neue? Könnte sein. Ich weiß es nicht. Oh, wo gehe ich denn lang eigentlich? Warte. So. Na, ich glaube, das wären heute 13 Minuten statt 12. Wenn ich jetzt den Sand noch einschmelzen will. Oder ich könnte es auch in der nächsten Folge machen, ne? Ist ja eigentlich egal. Okay, ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Haut da rein an der Stelle. Und, ähm, ja, dann sehen wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Tschüss. Tschüss.